Kommen wir zurück zu Dragon Ball Online oder Global Online Ehm... Ich muss jetzt mal irgendwie... in diesen Kreis da Weil wir brauchen noch 3 von den Sarti Wir müssen uns ein bisschen durchkämpfen Und dann eine Quest Hm, nice Das hat aber die Quest nicht funktioniert Äh, ja Sonst ist die Quest nicht funktioniert Ich denke mal Müsste auf Stadion Klicken Und dann müsste der Schein Oder das nicht geht Abbrechen Hm Hm So So Wir haben jetzt zuerst Hm, wir brauchen noch irgendeinen Eintip von denen Ich höre nicht mehr aus Okay Wir haben uns schon noch ein falsches Kild Okay Wir haben uns schon noch ein falsches Kild Okay Hier Und dann Also Oh nein! Von mir von mir! Ich bin ja völlig Kollege! Ähm... Und auch gehe ich nicht in der Party, weil ich ja schon Links fertig habe. Chris hier. Also ich bin keine große Hilfe. Aus wie Bulma. Schau mal mein Apfel. Links habe ich hier 288. Wie die Zeit vergeht. Okay, wir sind ütterl ab. Okay, wir sind ütterl ab. Und ich muss sagen, wir nennen das jetzt. Beides abgeben. Und hier eigentlich... New America. Hm. ... 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 auch wenn ich die Tür wegschmeißen und mein Inventar will noch verkaufen So, jetzt könnte man theoretisch die Dragon Ball Quest schon machen Ähm, aber... Elendigen erstmal die anderen Quest hier in den Gebieten Machen Jan zum Schluss Als... ...ein Abschluss ... 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 Oh, okay. Hm. Ah, ich kann mir die Quäse aufgeben. Ich bekomme ne neue Und? Ja komm dann da ja Och kommst du den dämlichen Affen äh meine Ja ok ne soviel kann ich auch nicht besiegen Lass mich in Ruhe ihr scheiß Affen Geht weg ihr dämlichen Affen äh Och man kommt schon wieder Danke Ja Dann muss man... Vielen Dank ich bin ein bisschen gemein Haha Oh Oh Wieso denn mich da hat mir Oh Hm Haa.. Können die nicht so einrennen und äh.. Massen ich hier den ähh.. Ringel spielen.. Meine Güte, wenn sie zu dumm sind, um mit ihnen zu reden, ne? Injig-Festgeber. Ich hasse euch. Da oder da können wir noch nicht teleportieren, da waren wir noch nicht. Kann ich noch mal gehen? Ja. Die Folge wird noch etwas kürzer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.